Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, wir sind in Folge 899 und wir gehen mal kurz schlafen. Wir könnten auch theoretisch gesehen einfach mal hier unten schlafen, weil das spielt ja gar keine Rolle, wo wir schlafen. Egal, wo wir schlafen, wir schlafen ja sehr schön. Auch im Nähdach können wir gut schlafen. So, da können wir nämlich jetzt mal kurz hier hoch gehen und mal gucken, wo wir tatsächlich das letzte Mal stehen geblieben sind. Jetzt nehme ich es schon mal so lange. Ach guck mal, wir haben das hier fertig. Also das heißt, hier ist nichts dran. Warte mal, wir nehmen auch die Schalkerboxen, die jetzt leer sind, mit. Weil das ist ja hier, ist ja ein Grauenvoll, wenn man hier Schalkerboxen hat und die einfach leer sind. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Enderkiste. Hier sind leere Boxen und die sind auch leer. Das heißt, wir tun die zwei leeren Boxen da rein. Die ist auch noch leer. Wunderbar. Was haben wir an? Die Elytra haben wir an. So, das heißt, was jetzt weitergeht ist, äh... Und genau, hier waren wir, guck mal, hier waren wir so stehen geblieben. Schön, ne? Können wir nämlich hier einfach mal weitergehen. Und können dann hier, ich hoffe mal, dass wir hier dann tatsächlich einmal sehr schön alles zubauen können. Wunderbar. Hoch. Ne Fackeln wollen wir nicht setzen, das ist doof. Aber so können wir dann immerhin mal ein paar Blöckchen setzen. So. Und dann können wir hier mal gucken, wo wir ankommen. Hier, diese, diese, diese Fackeln, die sind doch... Da haben wir gar keine Sand mehr. Und dann können wir hier nämlich einmal langen und können hier dann die ganzen Blöcke setzen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Schon wieder ein Stack-Eck hier, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Äh, ja, genau, das war ja, genau, das war ja Dings, genau, warte mal, warte mal. Haben wir echt hier immer zwei, ne, wir hatten eigentlich immer eins. Eins, zwei, wir machen jetzt hier auch wieder so ein Ding hin. und damit wir da irgendwie mal nur also dass wir das bisschen einfacher hinkriegen so hier muss natürlich auch auch das ganze hinter die frage ist jetzt ist da unten drunter kepp ich glaube das sieht gut aus ich glaube da ist kein geld doch da ist kein geld da ist kein geld das ist wunderbar wir wollen auch gar nicht hier wir wollen doch gar nicht hier das so machen so und dann wieder so rum zurücklaufen wunderbar geht doch ist auch 1 a klasse schon wieder ein stack weg hier das geht viel zu schnell das geht viel zu schnell und hier sind irgendwie so ein paar blöcke die da nicht hin gehören so sand zurück und dann hier die blöcke wunderbar so oder gemeint ne sand schon wieder kein sand mehr uns fehlt der sand uns fehlt der sand ganz schnell sand wieder mitnehmen und dann können wir wieder zurücklaufen so wunderbar das ist es hier doch einfach mal blöcke wohin gesetzlos nicht hingehen naja gut immerhin immerhin können wir das so machen so dann sind wir dann auch da gleich tatsächlich am an dem ersten was oben angekommen ist wunderbar wunderschön 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 äh nö den ich den ich den ich so so wo sind wir denn jetzt aus ach wir sind schon durch wo sind wir denn hier in mir ach ja nicht ich wollte gerade sagen haben jetzt schon das erste fertig aber nee das ist nicht so das ist nicht so da auch so so jetzt mit den ersten wieder fertig so das heißt wir wollen ein wasser eigentlich nur frei haben genau das heißt ein wasser frei das heißt quasi wieder hier ne also nur dass man da halt den mal guckt so so mal gucken was hier passiert hier ist nix schnell nach oben schnell nach oben wunderbar so und dann können wir nämlich jetzt hier wieder schön vollfüllen sondern wir wieder kein sand mehr warten wir können sand können wir von hier holen wunderbar und dann können wir hier nämlich einmal wieder schön hin und her wandern so wir können auch den sand gerade mal hier holen und dann können wir erstmal den sand hier kurz verbrauchen so 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 so können wir nochmal hier wechseln wunderbar so und dann wieder zurück und dann wieder hin und her und hin und her und hin und her das ist ja eine schöne 30 sogar hier ja aber naja wir müssen das alles bahn machen und dann haben wir ja erst mal die hälfte geschafft wenn wir das fertig haben schon wieder kein sand mehr so wir sind hier aktiv genau wunderbar das heißt wir können hier auch wieder schön einmal das ganze hinsetzen sagen ich meine es ist immer noch immer noch besser wie hier quasi jeden block vollfüllen weil jeden block vollfüllen das wird ja nochmal hoch das wird ja nochmal ein bisschen extrem länger dauern und so ist das halt vollkommen okay und vollkommen ausreichend von daher ist das ja auch ein gutes kommt guter kompromiss und dann kann man das auch so tatsächlich lassen und wunderbar so und so und dann hier das ganze ja wunderbar passt doch perfekt so und die zwei blöcke genau die müssen auch noch da runter doch das war wieder zu viel das war wieder zu viel definitiv das wollen wir nicht haben wunderbar ah ne wir haben ja die hälfte doch vergessen schon wieder vergessen soll da können wir nämlich jetzt erstmal die hälfte hier setzen wunderbar 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 einfach mal wieder falsch gesetzte aber hoch äh ja das können wir so machen soweit können wir nämlich jetzt hier tatsächlich gucken ich weiß jetzt nicht ob hier irgendwie wieder Kälb ist ob hier irgendwas ist hier ist zumindest Seegras wir machen einfach mal alles kaputt hier ist schon mal gelb hier ist auch gelb hier ist nix macht das woanders nicht bei mir hier so genau hier können wir dann tatsächlich einmal die ganzen blöcke hinsetzen wunderschön wunderschön und dann können wir nämlich rüber weiterkettbäume gar nicht wir können den sand nehmen dünkelmüll nehmen wunderbar und gucken wie weit wir dann kommen mit dem sand wieder nacht das heißt naja wir haben schon wieder die folge zu ende eigentlich eigentlich haben wir zehn minuten so ungefähr wie man da ja wir sind sogar bisschen drüber naja gut soviel sollten wir noch hinkriegen noch ein bisschen sand guck mal ein Stack haben wir noch 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 das ist wunderbar und so dann gucken wir mal was wir hier noch haben da genau und die Schalkerbox nehmen wir auch wieder was schwimmt die denn so weit da unten du Schalkerbox naja gut das ist ja egal ist ja auch egal wir können ja hier dann letztendlich das zeug so einsammeln wunderbar 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 und ja das ist eine schöne Sache guck mal wie viel wir einfach schon wieder also das heißt es gibt bald wieder zwei Folgen wo wir nun wieder Wasser rausholen genau hier wollten wir auch voll machen genau so dann wollen wir das so machen hier fehlen noch ein paar Blöcke genau die setzen wir jetzt auch nochmal da rein da genau und dann können wir hier wieder zubauen wunderbar so wunderbar wunderbar und so haben wir jetzt unseren Sand leer aus dem Inventar wir haben jetzt noch eine Schalker Kiste die wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich haben wir noch eine Schalker Kiste ja auch so halb ja vielleicht ist doch eine aber die setzen wir dann in der nächsten Folge wieder und dann können wir wahrscheinlich wenn wir Glück haben diese ganze Hälfte hier fertig mit Sand blazen und dann haben wir eine Hälfte fertig das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dann lasst doch eine positive Bewertung oder ein Abo und bis dann Ciao Leute